Vegan, was ist das? Vegan ist zunächst mal ein deutsches Wort. Und vegan ist eine Lebensweise, die auf tierische Produkte verzichtet. Vegan ist entstanden vermutlich in den 1960er, 70er Jahren. Es gab in England eine Bewegung, die gesagt hat, ja, vegetarisch ist ja eigentlich ursprünglich rein pflanzlich, vegetable ist Englisch und das bedeutet ja Pflanze. Und vegetarisch hieß ursprünglich pflanzlich. Und die Ausdrücke vegetarisch sind so im 19. Jahrhundert genutzt worden. Und weil dann irgendwie die aufkommende Ernährungskunde gesagt hat, man braucht aber Milch, wurde dann irgendwann vegetarisch, gab es verschiedene Gruppen. Es gab die reinen Vegetarier, die reinen pflanzlichen. Es gab die Laktor-Vegetarier, die Milchprodukte zu sich nehmen und die Ovo-Laktor-Vegetarier, die Milch und Eier zu sich nehmen. Und dann gab es das Bedürfnis, letztlich ein Wort zu finden, welches Ausdruck, dass da wirklich nur Pflanzen sind. Und so hat sich schrittweise der Ausdruck vegan entwickelt und seit dem Jahr 2000 ist er auch in Deutschland Schritt für Schritt bekannter. Also vegan ist eine Lebensweise, die auf tierische Produkte verzichtet. Beim Essen heißt er, kein Fisch, kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte. Es heißt auch, zu verzichten auf Produkte, wo tierische Produkte eine Rolle spielen. Also es gibt natürlich auch tierische Enzyme und manches andere, auf die verzichten Veganer auch. Aber vegan betrifft nicht nur die Ernährung, sondern vegan würde auch heißen, kein Leder zu haben, also auch keine Lederschuhe, keine Lederjacke, keine Lederhose, keine Ledertasche. Es heißt auch, der Verzicht auf Wolle, also auch keine Wollkleidung, Wollsocken, Wollmütze und so weiter. Es würde auch heißen, dass du auch ansonsten nichts Tierisches anschaffst, also auch keinen Wollteppich und so weiter. Also vegan ist eine Lebensweise geprägt von Respekt für Tiere, Respekt für die Umwelt, mit Gefühl und Liebe zu allem Lebendigen.